st hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play odd world new and tasty und wir gehen jetzt nach Zulag 4 zum Generator muss Elb sich schleunigst begeben und wenn es das letzte ist dass er schafft im Leben ähm ähm so geht schon nach da oben haben wir einen Wächter und so ein komisches Ding und irgendwie habe ich das Gefühl dass wir hier echt aufpassen müssen jetzt nach rechts gleich natürlich hat mich was uns hier hinter der Tür erwartet gehen wir mal ihn durch mhm mhm wenn ein Sticks stehender ruft dann fügt sich der Modekon ok service service bitte leuten ich glaube wir gucken uns hier erstmal kurz rum directory wir sind in Zulag 4 hier gott ey ok 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 also 71 Opfer und 60 gerettet oh Gott ok 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 schleiche ich schon extra und dann sowas er ist ja gut macht euch über mich lustig dann leuten wir mal wegen service mal gucken was da passiert ah ok ok das war nicht integriert ähm ich geh da nochmal rein und werf sich von der Granate das ist jetzt der 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 die die Idee ok nein ich hab keine Granaten warum hab ich keine Granaten ok da können wir nicht weiter da hoch können wir auch nicht wir können auch keine übernehmen wegen den Wächtern wir haben keine Granaten um auch was zu machen nein nein boah das ist nichts Schlimmes passiert ich hab nur den Typen animiert Warn animiert alarmiert nochmal nochmal dann stehen die da alle rum oder was Warnung kriegt ja eine Kackspur nicht hin weiter weg so geht ab das muss man sich schaffen da hoch zu kommen und in den Nebel im Nebel zu verschwinden so aber das zumindest schon mal geschafft und dann müssen wir ein bisschen ganz schnell nach links rennen auf diesen knapp drücken und hoch springen das schaffen wir doch im Leben nicht erstmal beobachten wie die sich hier bewegen die wechseln sich direkt ab das schaffen wir nicht ok die längste Pause haben wir während die zwei links stehen und der eine rechts dadurch alles vergleichbar lang ich weiß jetzt schon läuft was nichts wird aber wir versuchen das wird nichts aber wir können da links durchrollen und da ist ein Speicherpunkt ok die kommen da nicht hinterher das ist glaube ich das einzige was uns bleibt ist diesmal auch nur der eine oder das ist jetzt wieder zwei das ist die Frage die man sich vielleicht stellen sollte es ist diesmal nur der eine weil wir den Alarm nicht ausgelöst haben gut zu wissen ok dann sollte es doch diesmal eher möglich sein ok und wie gesagt kommen hier kommen die nicht rein wir haben hier einen Speicherpunkt ja jetzt können wir warten bis die nach rechts sind warte mal bis die alle nach rechts gegangen sind dann lesen wir diese Mine aus und hoffen dass das alle killt was waren das waren das gerade für eine Aktion warum gibt es nicht oh ne ok ah fuck haha was macht das natürlich ok das ist jetzt mal schlecht ich werde dort das laden nicht ganz so lange kommt mal her guck mal her spielen guck mal aber ich hab da eine Überraschung für euch toll das hat nur den eingekillt super egal ok das war speicherpunkt jetzt kann man vielleicht den hut gehen geht man nach rechts gehen das kommt hallo das ist wieder mit zu finden zu winkt immer nach rechts kommt schon ich hab mir erst wo wir den sitzen ja ist okay ist egal dann lesen wir die minderheit nicht ja auch spiele gar nicht so ist noch mal rechts ist heute echt sonntag los ich bin geduldig aber irgendwann ist dann auch schluss hat er geklappt scheiße sollte der hochgelösung das ding außer wir kommen da auch nicht irgendwann vorbei ohne dieses ging es hat ja nicht geklappt jetzt geht gar nicht wir können nicht an diesem roten ding durch das portal durch oder ob es entdeckt werden das geht überhaupt nicht also der einzige trick ist dass wir da glaube ich so durchgehen dass wir möglichst spät erst das ding auslösen ist keine chance ich kann auch keine typen übernehmen welche bei diese komischen wächter habe ich habe keine ahnung ich weiß nicht wie auch hier weiter kommen soll ich habe überhaupt kein plan wie kann ich sagen wir können wir können wir müssen dann sofort gewünscht werden da stehen wir einfach nur in der ecke und kommen nicht voran wir bräuchten minen das wäre jetzt irgendwie sinnvoll aber das bringt das geht ja nicht in diesen komischen seitenraum den wir da unten hatten da sind auch das gegner die können wir auch nicht töten und auch nicht übernehmen und gar nichts wenn diese mini da unten die uns dann aufnehmen könnte dann könnte man die auf jemanden werfen das ist ich gegenseitig aus einer entwicklung als einheit dann wieder so und er hat sich wieder nur ein erwischt im schnell spreche punkt ich wüsste nicht wie man weiter kommen soll da oben Wir bleiben jetzt hier 3 Stunden lang stehen, glaube ich. Das ist eine spannende Folge hier. Sehr spannend. Aber wir können jetzt nichts machen. Wie gesagt, ich habe keine Idee. Ich habe so gar keine Idee. Gehen wir nochmal hier rechts lang. Gehen wir noch was hier rüber geschafft. Ja. Da werden wir auch gleich getötet. Das heißt, da geht es auch nicht weiter. Und ich habe keine Ahnung, wie man hier vorankommen soll. Was einfach total... Da haben wir Bomben, aber da kommen wir nicht weiter, weil wir doch die Hebe aktivieren müssen. Und der Hebe ist wahrscheinlich der da ganz oben, wo wir nicht hinkommen, weil wir keine Bomben haben. Zurück können wir auch nicht, weil es ist alles scheiße. Ach, Mann. Okay, ähm... Ja, ich war gute Dinge, als die Folge angefangen haben. Aber irgendwie... soll es anscheinend alles wohl nicht sein. Äh... Insofern gucke ich mal irgendwie bei einem anderen letzten Player, oder so, ob ich eine Lösung dafür finde. Weil ich weiß nicht, wie man hier weiterkommen soll. Wir haben auch keine Shry-Kauffähigkeit oder so. Äh... Ich hoffe, heute hat ein bisschen Spaß, aber wenn die Folge überhaupt nicht erfolgreich war. Und ich glaube, mich ein bisschen genervt hat, weil hier einfach nicht... Das geht einem einfach irgendwie nicht. Wer ist ein Mast, das ist keine Chance. Und insofern, ja, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und ich gucke auch bis dann, ob ich rausfinde, wie man hier weiterkommen kann. Bis dahin, haut rein! Bis dahin! Bis dahin!